Heute zeige ich mal in After Effects, wie man Radiowellen erzeugt. Um Radiowellen zu erzeugen, gehe ich hier links, klicke die rechte Maustaste, Neu, Farbfläche, Farbe spielt jetzt keine Rolle, einfach OK klicken und jetzt geht ihr auf Effekte und gebt Radiowellen ein und dann ziehe ich mir den Effekt auf meine weiße Farbfläche und jetzt erscheint hier bei Effekteinstellungen unser Effekt Radiowellen. Wenn ich jetzt die Animation schon mal abspielen lasse, dann sehen wir bereits unsere Radiowelle und jetzt kann ich hier ein paar Parameter ändern. Hier oben kann ich jetzt die Position ändern, wenn ich die Position jetzt auf diesen Mast setzen will, dann klicke ich einfach mit der linken Maustaste auf den Mast oder verschiebe die Radiowelle mit der Maus, ich klicke wieder auf den Mast und als nächstes können wir bei Ausbreitung die Ausbreitung der Wellen ändern. 15 wäre eine hohe Ausbreitung und 5 eine kleine. Ich mache mal auf 3,4 und jetzt hier unten kann ich die Anfangsbreite und die Endbreite verändern, also die Anfangsbreite der Welle sowie die Endbreite. Ich lasse es so, dass die Endbreite kleiner ist wie die Anfangsbreite. Die Endbreite auf 1, die Anfangsbreite auf 5 und wenn ich die Animation jetzt abspiele, sehen wir, dass unsere Welle immer noch viel zu groß ist und um das zu ändern, gehe ich hier auf Lebensdauer und verringere den Wert auf 3. Wenn ich die Animation jetzt abspiele, dann haben wir bereits eine gute Welle und jetzt kann ich hier bei Frequenz noch einstellen, wie viele Linien ich haben will. Ich lasse es mal so und jetzt zum Schluss kann ich hier die Farbe noch ändern, von blau auf rot. Okay und wenn ich will, kann ich hier noch die Aufblendzeit ein wenig anpassen, sodass die Anfangslinien noch ein wenig transparent sind und wenn ich die Animation jetzt abspiele, dann haben wir einen Radiowelleneffekt. Das war's, danke fürs Zusehen und Tschüss.